Goretzka spielte deswegen so großartig, weil er neben sich einen Sechser hatte, der sich mehr auf die Defensive konzentriert. Das meine ich gar nicht. Nein, Holding Six. Jetzt kommt die Kimmich-Diskussion. Natürlich kannst du dich. Kimmich war nicht da und sie haben so ein Spiel abgeliefert. Und Leimer spielt das, was sich gehört und der hält die Holding Six. Und natürlich ist das eine Frage, die sich jetzt stellen wird. Aber da kommen wir wieder zurück zu einerseits, andererseits. Einerseits ist der Kader an vielen Stellen so dünn besetzt, dass sie sehr kreativ muss Tuchel da sein, Innenverteidiger, Außenverteidiger. Andererseits ist er leider zum Glück bayernmäßig, so ist die Welt, so besetzt. Die erste Elf war ja auch eine Weltklasse-Elf, da war ja gar kein Kompromiss drin. Und das ist ja noch okay. Nicht okay ist, Anführungszeichen, dass da draußen Thomas Müller sitzt und dass, wenn alle gesund sind, der da sitzt und der da sitzt. Und jetzt die Frage ist, wen nimmst du denn raus auf der Sechser-Position, wenn Kimmich am Mittwoch wieder da ist? Dann darfst du nicht zu den Bayern gehen, wenn dich da ist. Lässt der Kimmich denn spielen am Mittwoch? Oder vielleicht sogar rechts spielen? Hat dieses Spiel unbewusst möglicherweise die Diskussion befeuert, Kimmich rechts und Goretzka und Leimer in der Zentrale? Wollen wir nächste Woche darüber reden, nach dem Galatasaray-Spiel. Natürlich könnte das sein, dass man sagt, pass auf, ich brauche die Holding Six, ihr habt gesehen, wie stabil das ist. Das ist ja nicht eine ethisch-moralische Haltungsnotendiskussion, sondern da hat ein Trainer eine Idee von Fußball und er hat die Figuren dazu und dann muss er sich durchsetzen. Und natürlich werden wir das beobachten und natürlich ist Kimmich auf rechts, wenn da draußen Vakanzen sind, möglicherweise nicht verkehrt.